es aber hey jetzt haben haben wir dann noch mal die gelegenheit ein paar lustige zombies zu sehen wie sie springen wie die grasshopper wir wissen wer läuft ja ja hier lang wir ziehen und war der hund ist tot dafür tot klappe zu affe tot wir sollten dann erstmal warten wir jetzt von mich da weg sind ja genau so ich ziehe am hebel jetzt wir jetzt zurück muss sie nacheinander aktivieren ich habe so ein deja vu ja was haben wir immer nur das gleiche wir erleben immer dass das gleiche in ein ende losgefahren kann der nächste mit der flasche dass wir jetzt unsere neue unsere neuesten feinde zombies mit flaschen müsse bier wo ist ja ich habe die flasche zerstört ja ich habe ja schon stelle gefunden zu machen jetzt haben wir dann den aufzug so aus dem volk wo war bitte zum wie ich habe wir keinen gesehen so ich dachte man muss man warten oder immer so ein quick time event wenn ich so bin ich eigentlich gar nicht so schlecht drin im quick time events machen schaden warte moment erst mal wo ich meine brandgranaten raus moment mal die kenne überhaupt brennen wenn hier alles voller wasser ist stimmt in der welt von resten keine logik und physik moment und dann brauchst du platz in einem moment aber ich wollte sie einfach mal loswerden vor allen dingen gehen so schnell dauern damit ist oder fein nein ich bin ich hoffe dass diese eines zählt wo wir dieser zombie da haben wir jedes mal um rückgetreten sind reinkommt ja die wird wo ist denn da und damit aber da war da 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 ist ja hallo ja das hat gesehen ich würde da weg gehen ich wollte ganz auf mein aufmaler bildschirm das bild so viel heller da kommt da kommt da kommt da kommt man zum zombie zu uns hingedackelt das ist mal das jahr verlegen ich habe ihn einfach mit seiner flasche kaputt ja ich muss zu einer anderen waffe wechseln ich habe ja und ich bekomme ich bekomme gar nicht so viel schmerz und ich gebe dir einfach dann den finnischen finnischen cloud kursal position sparen da habe ich auch angst darüber zu gehen ich will erstmal sich erstellt ja alles todes oder licht sogar noch was alte dinge da kommt da alter wo sie ja schon wieder praktik taxi fressen da haben wir es ich höre immer noch irgendwo gegner ich habe mich mal komplett ich gehe mit dem schott gewährlerin ok jetzt sagt einer gesagt da habe ich versuche irgendwie mal ein bisschen frei schuss zu kriegen vielleicht kann ich irgendwie unterstützen ich rede direkt zum hebeling und macht den an das ich glaube der ist da und jetzt da und jetzt da muss dann ja machen hier aber noch ein paar kollegen zu dir jetzt können wir die beiden hebel aktiviert ja ich habe der kaputt gemacht natürlich wichtig hat es wird anfangen führen das gefühl allein zu sein ja weil wir die checkpoint soweit entfernten ja es war bald echt eine gute idee hätte ich mir das leibers unterstützen aber jetzt habe ich auch fast keine produktion mehr ich habe glaube ich sowieso sogar nur noch drei schuss ich habe ich habe auch fünf schuss da kommen wo ich gerade weil liegen bestimmt ein paar sachen noch für dich ja ich lasse mir eben meine ganzen waffen nachladen ich habe jemanden auf einer seite ok ich kann auch rechts ok nämlich links bei hoher saß bei hoher saß ja 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 die will ja man sieht ja mal schlafen aber dieses spiel was machen wir ja es als gerade geöffnet ja wir haben jetzt gerade hier die tür geöffnet aber wir gehen da nicht auch noch hallo unhöfliche unhöfliche leute gibt es gesehen da geht man kann auch die sagt dass man von api hat verdammt ich musste mal aus ja um ja auch um ausdauer auch hoch zu heilen man unbedingt noch im grüne wo unbedingt ein grünes kraut warum er also stück denn das meine ohren und der drama queen er wird einmal getroffen direkt so schreien kann das tut so weh da findet er vom wohnen aber er schlägt mich einfach als ob sie überrennen wenn wir nicht aufpassen echt ach nee er ist nicht gedacht leon ich habe mich den starker in der gruppe in der überzeit wir müssen irgendwann machen na los schätze macht die tür auf ok also müssen wir rein hier und schon sagen finden sie deborah in dem mond könnte ich mal ja in dem habe habe ich auch gerade gedacht warum weinen sie mich nicht ein ich bin und durch die pampe durch das ist schlimmer als jeder montag das video wenn ich noch ein gutes crowd finden würde dann könnte ich hätte ich doch 13 tic tacs habe ich habe auch noch zwei erste sprays hat ein rotes kraut ja ich habe ein rotes ich habe aber kein grünes alles in ordnung da drüben leider lebt noch an erinnert sich hat sich die das war waren die wasen ja genau wollen sie den apfel das wollte ich schon immer mal zu dem zombie sagen der jetzt gar so bestemmen ist also hier ist sie gut wollen sie den apfel hallochen Debra? Debra? Kannst du mich hören? Helena? Gott sei Dank! Okay, genug der Geheimnisse. Was wird hier gespielt? Bringen wir sie hier raus. Dann erzähle ich ihnen alles. Versprochen. Okay, ich meine, mich an irgendwas zu erinnern. So hoch, also wie sie sie behandelt. Können das vielleicht ihre Schwester sein? Ich kann jetzt nichts machen. Ja, ich muss die nämlich tragen. Was? Ich muss mich jetzt um die Feinde kümmern. Ach, du heilige Scheiße. So, und schau dir mal an. Ne, warte, wie macht man das? Keine Sorge, ich bringe dich in sich halten. Oh-oh. So ran. Ja, wir sind Rückenfreiheit. Ja, dann. Warte, ich muss erst mal ein paar Tiktags fressen. Ja. Ja. Das grüßt kaut. Oh mein Gott, ich sehe grüßt kaut. Hörst du mich? Ich bringe dich heim. Kann ich auch Zeugs aufheben? Ja. Oh nein. Oh nein. Ich kann nicht. Ich kann nicht auf mein Inventar zugreifen. Ich bin voll. Oh nein. Oh nein. Oder ich kann da gar nicht aufheben. Keine Ahnung. Ja. Da ist einer. Und ein. Ich bringe dich in sich an. Der war. Hoja. Du. Alter war, warum schwankt das hier so? Au. Hör. 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 Oh, der Tod kommt auf zehn Spitzen. Hör. Ich kann auch nachgewann geben. Wie wird es denn machen? Ach. Hör. Hör. muss ich richten muss ich nicht doch komplett alles alleine machen da hast er gesehen ja war es ja war es ich gebe ihm hier bitte gibt es doch mit absicht die decke stürzt ein ich gebe ihm ich gebe tritt mit drauf ja macht sich nützlich ich greife sie einfach so am bein und schwingen sie so herum wie so ein morgens stecken fernz in der eigentlichkeit als nicht aufheben nein aber ich habe ein fernzimmer ich gebe ich gebe ihnen noch eine ich gewinne nicht die vare ich kann ja nur fährlich fähig punkte einsammeln nicht statt mir hier lehna wird schwindelig bitte auch niemals es war irgendein grund warum sie so negligee trägt nein ich kann es nicht sagen du musst es doch wissen du hast es doch schon gespielt das war sehr effektiv ich kann ihre position nicht feststellen was zum teufel ist da unten ich bin der moralische unterstützung so wie ein bestand evil 5 kann sogar vorwärts wollen machen aber mal herr was oh mein gott oh mein gott werde ich y drücke kann ich ja dann kann ich noch eine zweite pistole zücken was seid ihr was machte mit y normalerweise vom kopf rotes kraut ja ich kann nicht einsammeln jetzt habe ich habe ich habe ja ich tritt ich tritt ihn der brot ist gerade eingesammelt ja ich will auch rotes kraut man ja also was kommt mich an weil das y bei der von knapp normalerweise um inventar zu öffnen ich mal ausprobieren also ich kann wer während ich hier ziele kann ich dann y drücken und dann halt noch eine zweite knarre rausholen bei mir auch geht wohl seine zweite knarre auf am herr wenn ich wenn ich das wüsste dafür brauche ich natürlich auch natürlich mehr munition aber jetzt mal auch nur eine knarre aus dem was soll denn das ich soll auch vorlaufen bleibt es jetzt auch stehen es wäre noch ein paar langen besucht 9 9 9 wenn wir disconnected keine ahnung jetzt haben wir nicht wie hat dann funktioniert ich auch nicht ich komme mir nix drücken nein 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 hier 8 7 9 6 also los keine ahnung was ihr jetzt immer getrennt keine ahnung also ich sehe bei mir noch die cut 10 und so wunderschön zurück habe ich sie nicht auch gerade getragen hast du das gemacht weil ich mit dir ein paar drum gerollt bin na komm mal jetzt wird sie auch geboren so wie er ja hat sie einen geist gesehen oh Ada, was zum Teufel ist hier los? Das ist kompliziert. Aber das ist wieder die Zeit. Warum erklärt ihr eigentlich nie jemand? Diese Stiege halten nicht, wir müssen in die unteren Ebenen. Es tut mir so leid Deborah, ich habe versagt. Helena, gehen Sie weg von ihr. Ich schieße, bitte. Ich schieße, bitte. Ich schieße, bitte. Ja, ich sehe dich aber noch. Ja, okay, nicht richtig. Ich bin gerade am Sterben. Oh scheiße. Oh, Mann. Oh. Oh, oh, oh. 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 Nein, nein. Nein. dani roh alles klar bei dir aber hey wir haben auf unserer seite ich kann keine zweite klar sehen also du kannst es nicht nicht während du zielst ich doch bei mir eventuell muss es auch während des zieles machen ja mache ich aber passiert nichts okay los darüber mit dir das ist bei dir ja da ist bei mir macht er nach hier ein ring und nicht falsch verstehen heiraten hat sich später ok ok merkt ihr eigentlich nie jemand mal sofort eine ahnung ich weiß nicht warum er so geheimnisvoll ist aber ich glaube das macht auch ihren charakter aus ich glaube ich habe ich habe gerade das schwert abgenommen habe ich hier den nacken gestochen hier ist ein hebel ich werde ihn bestätigen bestätigen ich glaube der ist vor ja danke da naja die gibt es auch noch und sie ist nackt ja aber die ist bei mir unten ist auch hier unten vorsicht lasst ihr runter kommen hier ist tt was sie ja nicht an und wo kommt er die zombies jetzt her sie sollten sie erlösen wenn sie einen punkten mit ja doch ich dachte mir herren schieß auf das ding oh gott nein die schaffler auch ganz natürlich ist ja noch irgendwo tnt ja ja das mal hier in locken ist hier noch 10 t ja hier war doch das tt und da hat er untergefallen lassen zombie mal herr kollegen ich hätte die ganze zeit unter ja ich war gerade losgehen so nach ab angefangen so was war das jetzt gerade fit front flip da kommt mich los da glaube ich soll das tic tacs fressen da 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 was wir sind wieder getrennt mal super jetzt hast du jetzt bin ich alleine das ist ja großartig aber grünes rotes kraut nein ich hab nichts grünes ich hab zwei mal rotes kraut die wir es mit hilfe je mehr sich die dinge ändern desto mehr bleiben sie gleich halt die fresse da sind ein paar zombies ja ja die gehen auf mich los keine sorge der hatte baut auf cocktail in der hand und gottes willen ich kann nicht mehr sehen bis soweit oben komme ich kann die menschchaft jetzt auch das war bei der voran suchen stand tag und schalt sperre und das kollege ich sehe ich nicht mehr du bist weit oben ja ich komme ja runter wir haben angehalten warum habt ihr angehalten da haben sich welche aber unhöflich da irgendetwas spuckt er auf mich genau der spuckt auf mich aber cooler ratschrack aber jetzt kannst du noch ein bisschen beeindrucken vielleicht ist noch einer ich hätte auch gerne sagen muss das wäre halt echt mal schön wenn ich grünes kraut finden würde ich schaue einfach so zu reden darüber geben da oben gut so bitteschön da habe ich mit also nein da liegt so viele sachen an bord du bist nicht diese ekelhafte gestaltet so wir haben sich was ist nicht da hoch aber den jahr danke würde granate rein hinter uns ich habe das ganz schön ruhig ich glaube jetzt ist es los schießen sie auch auf fest ja welche denn da standen sehr gut egal aus der weg alter ich mache immer eine rolle einfacher ich bin immer so komisch ich habe kein tic tacs gucken aus der weg leute war ich durfte mich einfach so die ganze zeit drücken ist viel einfacher ich glaube das war's ja ich muss nachher an nicht einfach Nicht anfassen. Warte! Ich bin gleich da! Was? Elena! Bis ich dich gerecht habe. Bitte. Vergib mir. Tschüss! Ach. Dafür wird er teuer bezahlt. Sieh mich an. Alles wird wieder gut. Sieh mich an. Sieh mich an. Alles wird wieder gut. Sieh einfach nur mich an. Ich werde dich hier rausbringen, Deborah. Deborah, sieh mich an. Wir werden hier rauskommen. Nein, nein, lass mich an! Lass mich an! Nicht meine Schwester! Nimm mich! Bitte! Ich tu alles! Bitte! Bitte, bitte! Du sieh nicht mehr! Deborah! Ich wusste nicht, was ich tun soll. Also half ich ihm. Ich half Simmons, den Secret Service zu überlassen. Das ist definitiv Simmons' Deal. Aber warum tut er das alles? Lange Geschichte. Wir haben es hier mit den wahren Strittenziehern zu tun. In diesem... Spiel reicht... Ein einziger falscher Zug und... Typisch Ada. Leon, wo sind Sie? Ist Simmons bei Ihnen? Ja. Hannigan, seien Sie auf der Hut. Ich glaube, er ist es der... Simmonds. Ja, wir haben es geschafft. Wunderschön. Wunderschön. B... 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 Sie haben eine Erkennungsmarke erlangt. Ja, ich glaube, das ist immer so der Standard hier. Also von den... Ja. Machen wir weiter? Hm. Willst du weitermachen? Ich glaube... Ja, aber... Aber ich würde mal sagen, wir machen jetzt mal eine kleine Pause. Ja, also müssen wir uns sehen. Sehen wir uns gleich wieder. Ja, ich glaube, wir müssen das Spiel beenden gehen. Wegen Fähigkeitspunkte und so. Wirklich? Okay. Ja, wo ist dann... Wir müssen dazwischen den Kapitel... So im Hauptmenü müssen wir machen. Achso, okay. Ja, gut. Dann beenden wir jetzt mal mal den Part und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ja, okay. Ciao, ciao. Ciao.